Die größte Essen der Welt Willkommen in unserem neuen Video In diesem Video präsentieren wir Ihnen einige der größten Gerichte der Welt. Kein Drache wird hungrig vom Tisch aufstehen, nachdem er eines dieser Gerichte verschlungen hat, oder es zumindest versucht hat. Machen Sie sich bereit, riesige Versionen dieser köstlichen Gerichte zu entdecken und Ihre Freunde mit diesen interessanten Fakten zu überraschen. Der größte Bürger Dieser Rekord wurde 2017 in Pilzding, Deutschland, aufgestellt. Der größte Bürger der Welt wiegt 1164,2 Kilogramm. Um diese Leistung zu erbringen, waren 300 Personen und ein Kran erforderlich. Und der größte zum Verkauf angebotene Bürger stammt von Marley's Sports Grill & Bar in den Vereinigten Staaten. Dieser Bürger wiegt über 800 Kilogramm und kostet etwa 20.000 Dollar. Den Link zur Website von Marley's Sports Grill & Bar finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie sich nicht trauen, die Guinness-Weltrekord-Version zu probieren, gibt es auch normale Versionen des Burgers. Um einen so gigantischen Bürger zuzubereiten, wird empfohlen, die Bestellung 72 Stunden im Wohaus aufzugeben. Die größte Pizza der Welt Wir alle haben von Pizza Hut gehört, aber wussten Sie, dass Sie einen Weltrekord für die größte Pizza der Welt aufgestellt haben. Diese Pizza wiegt 6,19 Kilogramm Teig, 1,81 Kilogramm süße marinierte Sause, 3,99 Kilogramm Käse und 630.496 Stücke Pepperoni. Als ob das nicht schon unglaublich genug wäre, hat Pizza Hut nicht nur einen, sondern zwei Weltrekorde. Ihr erster Weltrekord resultierte aus der Lieferung einer Pizza in größter Höhe, 19.341 Fuß, als Sie eine Pizza auf den Gipfel des Kilimanjaro in Tansania lieferten. Die größte Pizza, die Sie in einem Restaurant essen können, befindet sich im Marmas & Puppets in Los Angeles. Ihre Pizza ist quadratisch und misst 1,37 x 1,37 Meter. Um sie zuzubereiten, wird eine Vorbestellung von 24 Stunden empfohlen, und ihr Preis beträgt 400 Dollar. Die längste Sushi-Rolle der Welt Sie denken wahrscheinlich, dass dieser Rekord den Japanern gehört, und es stimmt. Im Jahr 2016 halfen 400 Personen, eine Sushi-Rolle von 2844,61 Metern Länge herzustellen. Diese Leistung wurde vom Exekutivkomitee des Tamana Otavara Festivals erbracht. Die größte Sushi-Rolle, die Sie in einem Restaurant bestellen können, befindet sich im Omiwaka in Japan. Dieses riesige Sushi wiegt 6 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 20 Zentimetern. Liebhaber der japanischen Küche werden sicherlich gerne dieses Wunder probieren, aber der Preis für diese gigantische Version liegt bei etwa 100 Dollar. Die größte Paella der Welt Der Rekord gehört dem Unternehmen Galbes Paellas Gigantes, das 2001 seinen eigenen Rekord gebrochen hat, indem es eine Paella mit einem Durchmesser von 21,5 Metern hergestellt hat. Diese riesige Paella ernährte 110.000 Menschen, 10.000 mehr als ihr vorheriger Rekord. 80 Köche waren an dieser Herausforderung beteiligt. Sie fragen sich wahrscheinlich, warum haben sie versucht, ihren eigenen Rekord zu brechen? Sie taten es, weil sie von einem Unternehmen im Bereich Reinigungsmittel gesponsert wurden, um ihren eigenen Rekord zu brechen und alles mit nur 1 Liter ihres Reinigungsmittels zu reinigen. Ich konnte im Internet nicht finden, ob sie auch die Reinigungsherausforderung gemeistert haben, aber wenn sie es getan haben, ist es ein doppelter Rekord. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos! Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu liken und auf meinen Kanal zu abonnieren, um mehr solchen Inhalt zu erhalten. Und erzählen Sie mir in den Kommentaren, würden Sie sich trauen, eines dieser Gerichte zu probieren?